Das tut mir jetzt wirklich leid, diese hässliche Szene. Nazis! Sie haben ein totalitäres Regime errichtet, um mich zu unterdrücken! Warum benimmt sich der Lutz so? Wie geht das jetzt aufbeißen? Warum nicht? Also Lutz ist weg, doch komische Assoziationen. Unangenehme Assoziationen. Du siehst aus wie ein Nazi. Bitte, lass das doch nur das Kostüm. Und was ist das für im Griff? Ja, komplett im Griff. Sehr schön. Irgendwann geht sowieso die Tür wieder auf und es kommt wieder jemand rein, mit dem du reden kannst. Das war bislang noch immer so. Oh, ah! Ah! Ha-ha! Ah! Ah! Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Ein Hirsch und ein, äh, Dings. Die Kutte heben, Lutz. Und dann ist dann eine mächtige, pulsierende Keule. Tief in deinem Inneren. Tief in deinem Inneren. Ja, das Paket, das Paket, das schon den ganzen Abend zu ist. Es gibt kein Paket, Flagga, Flagga. Ah, Lutz! Das wird dich doch nicht aufmachen. Hat er gerade gesagt. Du, mach das nicht, du. Wieso, ist das für mich? Nein, Lutz. Nein, Lutz, Holger, der ist wahnsinnig geworden. Wir müssen sofort hier raus. Lass es einfach, Lutz. Lass es, lass es zu uns. Lass es nicht. Mach das nicht. Und sag nicht, sag nicht. Später, wir hätten dich nicht gewarnt. Lutz, jetzt raus aus der Höhle, Holger. Holger, du hast nichts an. Das weiß ich doch, Herr Gott.